hey ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mini spiele wir spielen mal wieder badwurst mit dabei liebe peta spielt und der fabian hallo fabian ist natürlich immer noch nicht dabei er ist nicht mts der ist einfach beim mitspielen der springt einfach runter hat der geronimo gemacht wir spielen auf royal ist das nicht heißt die map nicht rummel das hier ist royal oder ne rummel aber stick bei die geile web und keine ahnung ja auch man fabian mensch das war meiner baut euch mal lieber zum eisen und alles rüber ja ich will mir nur gerade ein bisschen aus ihr bongo bobs was für bongo bobs hier gibt es hier gleich bombo 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 bobs blöcke blöcke Bergstürmer Loll Da hat sich einer erkannt Was denn? Bergstürmer hat einer geschrieben Christina Loll Bergstürmer Da hat sich einer erkannt Ja Ich bin wieder zu blöd um im Chat zu schreiben Läuft Läuft Das würde ich mal nennen Nennen, erwähnen, sagen, schreiben Schreibt man nochmal at all, oder? Ja, at a Kannst du auch schreiben Dann brauchst du nicht auf a Also das ist die doppel l schreiben Mein Schwert, er hat mein Schwert eingesammelt Ey, das ist aber nicht sozial blau Ihr rennt nicht zu uns in die Mitte Äh, zu uns ins Team rein Ihr kleinen Gestalten Fabian ist ja noch da Das blaues Lol, Alter Ich bin einfach fast tot Ich hab den einfach tausend Jahre gebraucht 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 Gebraucht, um den zu töten Leute, das packen wir schon Rennt zu uns in die Base, Leute Sturmwaffe Ich glaub doch Achtung Was? Ja, ich hab doch gesagt Er rennt hier zu uns in die Base Ich krieg ihn auch nicht down Jetzt Was ist der denn? Der, der mich erkannt hat Der hat mir noch ein Eisen zugeworfen Dann ist er geschaut Oh Mann Leute, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Ja Aber ich hab den Bogen Alles unter Kontrolle Ich glaub, Grün muss jetzt sterben Denk dran Du hast nichts mehr, ne? Ja, und nichts mehr zu verlieren Ja, das ist in der Tat auch wahr Aber, ähm Äh, warte, wo ist grün? Das ist gelb Ich glaub, grün ist gegenüber, oder? Nein, gelb ist gegenüber Warte, das ist rot, oder? Rot sind hier Oder sind die rot? Ähm Fabian mischt ganz schön auf hier Ich will mir noch was zu essen mit Ein paar Steune Eine Pickaxe Und dann komm ich jetzt in die Mitte Und wenn ich sterbe Hab ich halt Pech gehabt Dann hab ich halt Pech gehabt Dann hast du halt Pech gehabt Pech, Pech Pech, 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 Pech Halt Pech Wir haben Pech gehabt Ja, gut Hab ich gesagt, dass sie jetzt sterben Na gut, das hab ich aber Blau, oder wer? Grün Vom Grünen ist einer auf jeden Fall Entweder in die Mitte gelaufen Oder hat sich hier irgendwo versteckt Den will ich noch bekommen Ah, da ist er Loll Fabian braucht tausend Jahre Und jetzt tut nicht einen Schuss Na ist down Da geht das Auf jeden Fall Musst du noch blau sein Ja, ich bin noch blau Bett weg Jetzt muss ich noch blau leiden Oh, nee Sechs Und noch einen Eisen Dann hab ich Der gelbe ist auf jeden Fall Jetzt erstmal weg Demon Plays MC Den kenn ich auch irgendwoher Den hab ich schon mal gesehen Blau kommt Blau kommt in die Mitte Und ich bin alleine Ähm, renn weg Schon mal was davon Feige Dafür du rennst jetzt weg Und stirbst nicht Hochwicht für dich Sonst bist du tot Ewig Aus diesem Geben Also ich bin jetzt auch in der Mitte Ist blau auch da Ja, blau ist in der Base Ja, pass auf Ja, pass auf Aber das blau dich nicht Von der Seite darunter Boxt oder so Boxt Wow Wow Blau greift an Wie fehlt nur noch einfach Dings Drei Äh, zwei Zwei Ein blauer ist tot Ich hab nur noch drei Herzen Mir fehlt noch zwei, äh, Gold Bis zum besten Bogen Sturmwaffel Find ich doch lustig Er hat ein Sturmy Skill, ne? Ich muss regenerieren In der Luft habe ich ihn gesnackt Ich brauch noch zwei Gold Dann hab ich wenigstens ein Steinschwert Äh, äh, ein Eisenschwert Ich hab 13 Blau geht in die Mitte Peter, pass auf Noch zwei Gold Ja, das ist der eine Sturmyskin Der hat gar nix Zwei Gold Dann hab ich meine Träume erfolgt Der Gelb hat noch einen Ja, der Gelb ist die ganze Zeit hier am Keine Ahnung, wo der hängt Soll ich den mal suchen gehen? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht hier runtergewollert Achso, das bist du Ja, ein bisschen dumm Gut Dann Dann Die sind dann wirklich die Leute, die hier mit dem besten Equip Ich bräuchte aber noch Hast du noch zwei Gold für mich über? Ja, klar Hier Oh, warte Ich guck mal, wie viel da liegen Da waren eben richtig viel am liegen Ein Gold hier noch Ich hoffe einfach, dass ich nicht so dumm runterfliege oder so Da oben ist der Gelbe Wo ist der? Oben drauf, oder? Der ist bei sich im Team, ich gehe ihn noch töten Der könnte uns eine Gefahr werden Ja, unser Bett ist eh weg Trotzdem könnte er eine Gefahr werden Er ist Town, er ist Town Er ist so gut wie down einfach Er ist in diesem Haus Deine Ramuda ist on Down So, jetzt müssen wir die die Base-Gunler da holen Die braucht man für den stärksten Bogen 13, ne? Ja, wenn du einen Bogen hast, dann 13 Lauf es um die mit zu kommen Ich glaube 5 Gold, die kannst du haben Bist du? Wenn du sie brauchst Ja, ich renne gerade einmal hier rum 12, ne ich hab Ich hab nur immer Angst, dass die uns hier an der Seite runter schießen Wenn wir zu unserer Base laufen Down So, jetzt höre ich mir noch einen schönen Den stärksten Bogen, offiziell Sind wir eigentlich das stärkste Team jetzt Wenn du auch den stärksten Bogen hast Hab ich Jo Die können nie im Leben Blau versucht sich von hinten dran zu bauen, warum auch immer Ja, den einen habe ich getötet, der das versucht hat Aber, äh, wo ist der Sinn? Klar, wir haben Aim-Bot Leute, wir haben Aim-Bot drin Deswegen sind wir einfach so gut Sag nicht Crazy Aim-Bot Weil wir haben echt die Erfsten Aim-Bots Peter, du musst auch immer hacken, ne? Ah, ich will Ich treffe den Typen einfach die ganze Zeit Ey, der muss sich gerade voll aufregen Assis Geil Ey, jetzt sind wir noch Assis, Christina Ja, ja, läuft Richtig asozial da hier Olli Links ist Ihr seid witzig Ah, Christina Ja Übrigens, renn einfach in das gegenüberliegende Team Da können die uns doch gar nicht runterballern Ja, ja Wieso, wenn du dann unbedingt sind Ich hole mir jetzt auf jeden Fall einen Stärketrank Und einen Golden Apple Vor allen Dingen, ich treffe die sogar hinter der Mauer, weil die so blöd sind Ihr seid witzig Man Das ist nicht mehr Skill Geil Luca, zockt, du bist echt der Betste Du bist echt der Härteste in Bad Wars sein Wenn du so sagst, es ist mir kein Skill Nur zu denen ins Team kommen Dann sind sie alle down Leute Also Verstärkung wäre nice Hier von der Seite Ich bin bei den Rays Der versucht mich zu Boss-Pam Gut Die haben den Einheimengang zugemacht Versuch auf jeden Fall Das Bett von denen zu stürmen Versuchst du gerade oder? Ich krieg das hin Halte die auf jeden Fall auch in den Trab Nur wie die Dog-Dog Ab das Bett Ah, ich bin tot Ich bin tot, ne? Ich nicht Hab's ja alle geholt So ein kräftiges GG drauf Auf jeden Fall Hacker Leute Wir hacken Ja Hacks Gut Das waren knappe 12 Minuten Passt schon Kill Aura Ja, wir haben Kill Aura, Leute Ja Also ich würde sagen Das war's doch schon mit einer Runde Minecraft-Spiel, Bad Wars Wir haben gehackt, war ja klar Wie immer Die hackt Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Peter ist wie immer verlinkt Ciao Tschüss Tschüss